hallo herzlich willkommen zum neuen fortnight shop am samstag 16 september 103 items im shop und ich heiße euch herzlich willkommen im samstag morgen ab in den shop ab nach oben und dann schauen wir mal hier haben wir batman zero paket ja also die sie ist zurück gucken wir gerade rein ist zurück nach 81 tagen einmal hier batman mit seinem umhang dann hat er hier so eine greifhacke in diesem fall schon sieht recht dann haben wir den batman gleiter und auch eine ladebildschirm sehr nice dann in der nächsten zeile haben wir dann natürlich das auszugspaket natürlich auch dazu genauso lange nicht da gewesen hier aber der welt leider musik maskierte rächer zwei mots haben das berg signal so da kann man sehen und natürlich einmal meister der kampfkunst jetzt das bundle soll kosten das stimmt doch bestimmt nicht was hier steht 15 und das batman macht allerdings kostet 21 so weiter geht's dann habe ich den gepanzerten batman der ist auch nach 81 tagen zurück hier auch mit umhang dann die hacke und der exo glider das bundle kostet 22 2 2 1 2 1 2 1 oder ich glaube 2 1 2 1 2 2 ist das ja da habe ich den batman der lacht drücken dass es war die axt oder sense und natürlich schwingen des grauens und das battle dann für 22 so dann haben wir hier natürlich noch cat woman auch nach 81 tagen zurück das kostet 15 dann haben wir die kette performance 0 12 kettwomen greift kalle extra so was haben wir da kettwomen paket 1 8 das ganze bundle da haben wir das kind moment rundum mit dem weiteren stil die hatten klunker katze als rücken accessoire hausgatti hatten noch an und die maut weiter geht's hier unten haben wir dann der flug einmal hier skin dann hat er hier so katanas auf dem rücken und natürlich auch in der hand als erntewert zeug so und dann haben wir auch den geleiter dazu das bundle kostet 2 dann haben wir natürlich harley quinn die ist auch nach 81 tagen zurück das bundle kostet 2.000 2.000 so wenig ist es so 2.000 ok da sind wie bugs mit oder wie heißt das was heißt das ok dann haben wir skin 2.000 2.000 meine maus zuckt heute wieder da will ich auch hin harley quinn aufträge ok verdiene einen zusätzlichen stil für harley quinn so dann haben wir natürlich noch die andere hier rebirth die ist auch noch 81 tagen zurück kostet 1.2 das ist korrekt ich habe schon den zweiten stil gezeigt jetzt habe gerade nicht geguckt so so dann die rückenaccessoire und weiter geht's nächste zeile das flash paket das bundle kostet 2.2 hier einmal skin rückenaccessoire die äxte kraft erschöpft und natürlich können wir uns auch noch sound anhören emote das ist ganz nice dann ist wieder glaube ich von vorn ja und natürlich der ladebildschirm alles nach 81 tagen zurück und dann weiter wonder woman 2.4 das bundle einmal skin cape die äxt die adlerflügel ladebildschirm und emote und dann haben wir noch ein dc nämlich das bloodsport paket skin rückenaccessoire die axt lackierung und dann haben wir ein paar spray motive die aufblühende harley ich bin ein superheld das ist peacemaker er ist ein hai okay und hier ist doch noch was ich dachte wir das letzte schon ne da kommt noch einer na gut also hier erstmal noch black manta mit dem manter gehäuse manter klingen das wird wieder ein langes shop video heute sah gar nicht so umfangreich aus erst okay beast boy ist auch zurück 81 tage das bundle für 2000 einmal skin mit drei stilen rückenaccessoire der schläger und emote und emote zum verwandeln so jetzt haben wir es aber jetzt kommen hier die vorgestellten einmal äffchen ist nach 30 tagen zurück einmal das skin gibt es da noch eine strickschale und dann gibt es da noch ein paar nähnchen auf dem rücken die sind auch natürlich angepasst als strickschale dann gibt es kyra die ist zurück nach 70 tagen hat hier auch so ein rosa stil noch oder pink wie man auch meint und zwar pink ist das eher einschlagendes grün ist dann das rückenaccessoire also ist dann einschlagendes pink nein halt auch so blockbeile auch in pink natürlich und der gleiter auch den können wir uns in pink gönnen so und nächste zeile auch die täglichen da ist unser marius mal wieder da jetzt kommen wir die alten bekannten ist nach 35 tagen zurück gibt es dann auch noch andersrum so dann haben wir finsterherz ist nach 34 tagen zurück hat hier herzlose schwingen als rückenaccessoire der schädelspalter nach 36 tagen zurück zahnseidenwirbler ist ja einmal bekannt ist nach 34 tagen zurück dann haben wir den anhalter nach 220 tagen das dürfte vielleicht das seltenste heute sein dann haben wir am wasser gebaut nach 38 tagen jo was haben wir noch dann der skin von gestern das ganze ist auch noch da da hat er jetzt die Mauts okay dann haben wir es geschafft wir sind durch ma hallo bis zum nächsten mal ciao eure Sam und ich wünsche euch allen einen schönen Samstag und kommt gut in den Sonntag hinein dann sehen wir uns wieder bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020